Liebe Facebook-Freunde, heute war eine besondere Landtagssitzung unter besonderen Umständen. Es ging um die Bewältigung der Corona-Krise. Ich glaube, es war für die Abgeordneten ein ganz entscheidender Moment, aber auch für uns als Regierung. In dieser Krisenbewältigung brauchen wir die Unterstützung des Landtags, die ist heute auch gegeben worden. Ich bin dafür sehr dankbar, weil einstimmig einige wichtige Gesetze geändert wurden, dass wir die Krise bewältigen können, aber auch, weil wichtige Weichen gestellt wurden in Fragen der Finanzen. Für beides bin ich dankbar und der Landtag hat uns jetzt in der Krise auch sehr unterstützt. Vielen Dank dafür.